Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Maragüji Superstar Saga, Part Nummer 21 und er hört es vielleicht, ich klinge ein bisschen anders, ein bisschen, genau, AB-Tasten sind vertauscht, da muss ich mich noch gewöhnen, da war ja was, ja, wir starten hier rein, als wäre nichts gewesen, aber wirklich ist was gewesen, es ist ja eine Riesenpause dazwischen gewesen und Ja, dazu komme ich gleich nochmal, es gibt ja ein paar Themen, die wir soeben besprechen könnten heute noch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, das ist Vorbereitung, Bruder, ähm, ich glaube Mario war irgendwie, Mario ist missing, aber ich schneide das gleich an, eventuell auch in einem anderen Part, mal gucken, da ist, da ist auch Luigi weg, Luigi, Mann. Ja, und zwar, was zukünftig mit Let's Play so ist, also, keine Sorge, ich habe eine Abstimmung gemacht, das wissen einige vielleicht, die haben es mitbekommen, ähm, oh, Moment mal, da muss ich mal kurz einhaken. Oh, was sind doch Mario, Luigi, was ist Mario, was ist Mario los, oh, oh. Oh, der hat sich ein bisschen vollgesaufen, gesaufen. Was? Ja, mein Deutsch. Was ist los? Ja, er sagt, dass Mario's Bauch bis zum Rand vor, mit der Legendäre QW extrem ist. Na komm, skip, skip. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, habe ich voll vergessen. Ja, genau, Rapichui, das wollte ich auch sagen. Ja, so ein Ding ist das also. Ja, die kann ich wieder lachen, äh. So, wir skippen das mal. Ich erzähle euch mal was ganz anderes, wir gehen jetzt hier nicht so hart auf die Story ein, weil ich, solche Spiele, jetzt play ich nie wieder, wo ich mega viel Geschichte vorlesen muss. Ich gehe davon aus, ihr kennt das jetzt einfach alle. Ähm, ich möchte viel, viel mehr darüber reden, ähm, was wir, äh, zukünftig machen. Und zwar, ich habe eine Abstimmung gemacht, äh, von wegen, ja, soll ich jetzt hier Let's Plays machen und wie und wo, wann. Ähm, vielleicht soll ich jetzt durchlesen, was er gesagt hat. Okay, Prinz Mavic muss er finden. Ähm, ja, also, ähm, rauskam, ich soll auf jeden Fall mit Facecam streamen, ähm, das habe ich noch im Kopf. Und, ähm, ja, ich werde das wahrscheinlich, ich werde dazu noch ein gesondertes Infovideo irgendwann raushauen, möglicherweise, wenn ich alles in trockenen Tüchern habe. Aber es wird höchstwahrscheinlich Let's Plays geben, aber, ne, auch mit Facecam, aber erst, wenn dieses Projekt fertig ist. Ja, so viel steht schon mal fest. Und jetzt kommt wieder der, der Prinz Charming hier. Ein Toast auf rotem Grün. Ihr habt, ihr habt mir damals sehr geholfen. Ja, danke schön, bitte schön. Und jetzt macht sich meine geheime Mission auch endlich bezahlt. Hahaha. Ich habe Haare. Bella Flex. Wieso lese ich das eigentlich? Ich habe doch gesagt, es gibt das alles. Ich mache jetzt nicht recht die schlechten Let's Player, die ganze Story es gibt. Das sind mir die besten. Ja, genau, der bin ich jetzt. Ich bin der Story Skipper. So. Ich habe immer so eine Hochschule gelesen. Mal speichern, muss immer sein. Doch. Ihr merkt es vielleicht, ich nehme nicht mit meinem normalen Mikrofon auf. Vielleicht merkt ihr es ja auch nicht. Na geil, mein Kaffee ist kalt. Ähm. Ähm. Actually nehme ich mit gar keinem Mikrofon von mir auf. Ich bin nämlich gar nicht zu Hause. Äh. Ich sitze gerade ganz woanders und leie mir praktisch ein Mikrofon aus. Damit ich das hier schön von der Strecke kriege. Was ist denn hier los? Oh. Wollt ihr gleich ein Foto? Ich kann mich jetzt sofort machen. Ja komm. Gib mir ein Foto. 100 Münzen. Ne. Oh. Jetzt habe ich doch ja gesagt. Oh. Hat sich gelohnt. Super toll. Ich mache ein Foto. Los geht's. Schön stehen halten und nicht mit irgendwelchen zappeln. Wunderschönes Foto. Habe ich das jetzt. Habe ich das im Dings drin jetzt? Das ist doch geil. Ein bisschen updaten. 100 Münzen haben sich richtig gelohnt. Dafür zahle ich das auch gerne. Ich kann jetzt in jedem Spot ein neues Ding machen. Ein neues Foto. Das wäre interessant. Ich weiß nicht wo ich jetzt hingehen muss. Ach hier gibt es Items. Wallahau. Nehme ich alles mit. Ah Alter. Ich glaube aber wir sind mittlerweile weit genug. Was das Spiel angeht. Ich glaube wir haben jetzt mittlerweile das Vergangenheitsvernus überholt. Der 14-Jährige der wird eingeholt von mir. Weil ich glaube diesen Status hatten wir ja noch nicht. Also wir waren noch nicht so weit glaube ich. Ich meine wir waren da ganz woanders. Und so weit dann doch wieder nicht. Was ist das denn? Sprachboxen? Kann man die kaufen oder was? Hehehe. Willkommen. Mein Laden ist zwar bescheiden. Aber dennoch ein echter Laden. Meine Wahrheit sind Informationen. Früher in Münzen bekommt ihr super frische Infos. Na nehm ich. Wenn ihr jetzt zu Südosten geht kommt jetzt die Lachhochschule. Wo das Lachen erforscht wird. Da habe ich jetzt wirklich 100 Münzen dafür bezahlt? Südosten war das jetzt. Habe ich davon vergessen. War das Südosten? Ich gehe jetzt einfach nach Südosten. Warte mal Osten ist ja in die Richtung. Südöstlich ist die Lachhochschule. Ist das hier die Lachhochschule? Das ist zu klein wie eine Hochschule ne? Das ist nicht so hochschulig. Ach hier geht es weiter. Hallo ich möchte zur Hochschule. Ich möchte studieren. Da unten geht es hin. Ja es geht doch. Oh ne. Ach ne. Ich wollte gerade hämmern. Oh ich kann das nicht mehr. Ja ich kann das nicht. Ja ich kann das gar nicht. Ah. Äh. Ja haha. Da haben wir es. Nein 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 nein. Nein 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 nein. So. Kannst ja ein paar Sounds fehlen. Ich check mal eben wo es war es. Hier oder bin ich wieder. Dann frag mich nicht was das jetzt war. Ich. Also ich kann es nicht ändern. Wie fehlen uns Sounds. Und ich weiß nicht wo es liegt. So geht es jetzt? Ne. Also ein paar Geräusche sind halt einfach ziemlich leise oder gar nicht da. Gut zu wissen. Das ist ganz komisch. Ist das ein Bug? Ich werde gleich meinen Emulator neu starten nach dem Part einfach. Och ne. Oh 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 oh. Ganz crazy. Ja warum sollte auch das Einwandfrei funktionieren. Dafür wäre das hier einfach zu gut. Wäre einfach. Ne. Profis können auch unter allen Umständen arbeiten. Haha Profi lol. Och ne. Da kriegst du aufs Maul. Magisch gar nicht so. Geben sie mal aus dem Weg. Dankeschön. Tschüss. Korf weg. Oh. Alter. Da will ich gerade den Hammer holen und dann kommt sowas. Ne komm. So aber nicht hier. Da sehe ich mich nicht. Das irgendwie triggert mich. Das ist der Hammer nicht. Das ist der Sound nicht da. Ist richtig. Die Musik ist mega laut. Aber ich höre nirgend anderes. Weiß ich nicht. Wir sind hier unten. War doch was. Guck mal. Da ist ja einer. Achso. Na das hat nicht funktioniert. Nein. Nein. Das war zu schnell. Das nervt mich ein bisschen. Das die Schlagrauschen nicht da sind. Ich habe jetzt alle möglichen Einstellungen geändert. Vom Sound her. Aber ich will jetzt nicht mit dem Part abhauen. Das ist auch blöd. Ich ziehe das jetzt durch hier. Ich will jetzt nicht mit dem Part abhauen. Die sind einfach instant tot. Die sind einfach weg. Nach Hochschule. Ja richtig. Da will ich hin. Let's go. Let's go. Let's go. Oh ne. Ich glaube Luigi hat gleich ein kleines Problemchen. Ich glaube das wird ein bisschen schwierig mit dem. Achso. Moment mal. Das Hochschule ist ja da oben. Das ist nicht die Lachhochschule. Wo man lachen lernt. Da muss man erst natürlich studieren erst mal. Lachen. Ganz wichtig. Lachhochschule. Ja. Ich kann auch nicht speichern. Ich kann aber nein sagen. So. Da wird mal kurz gespeichert. Ein bisschen reinrattern. Nach Hochschule. Das Bild. Oh. Sieht ein bisschen kaputt aus der Schule. Hallo. Hilfe. Rette sich. Wer kann. Was ist denn da los. So. Herzlich willkommen zum Horrorspiel. Mario und Luigi. Die dying humans. Achso. Die Leerkörper sind ekelhafte Monster. Uff. Das sag ich auch immer. Hat der ein Schnuller an? Der ist ein Shy Guy oder so. What the fuck. Laser Guy. Oh. Cool. Boah. Richtig schwierig. Aber dieses Bekämpfen war ja so ein hartes Ding. Also. Wirklich krank. Okay. So weit habe ich nicht gespielt. Aber jetzt müsste ich vielleicht doch den Text anfangen zu lesen. Wenn ich denn Mutifazole für spüre. Okay. Das kenne ich jetzt nicht. Das ist mir neu. Ich habe mich triggert. Das ist einfach Sounds fehlen. Das nervt. So. Was steht hier so schönes. Okay. Wir haben ein bisschen was vor uns. Das ist ja so ein ganzes Dungeon gefühlt. Ja gut. Kann ich hier lang gehen? Ne. Das ist eine Wand. Aber nicht da lang. Oh shit ey. Ja. Da werden wir im nächsten Part auf jeden Fall weitermachen. Guck mal, was wir überhaupt kommen hier jetzt hier. Ah. Wir haben den Laser deaktiviert. Am deaktivieren meinen Laser. Ah. Was ist das für ein Knopf? Ach so. Sag nicht, wir müssen irgendwas umleiten. Oh nein. Lasers. Let's go. Oh no. Oh. Okay. Das war richtig schlecht. Bild da. Durchdacht. Oh. Das war noch schlechter durchdacht. Egal. Das geht schon. Bin op. Ja. Nicht op bin ich. Perfekt. Erstmal heilen. Damit wir europä bleiben. So. Und an der Stelle würde ich auch für diesen Part sagen, das war es. Klar, das war jetzt natürlich nicht so lang. Aber wir machen dann gleich nächsten Part weiter. Und dann wird es interessant. Und ja. Dann würde ich sagen, bis dahin. Tschau bis nächstes Mal. Bye, bye.